Hallo Freunde, heute sind wir an einem alten Militärgelände von den Amis. Hier hat früher die Air Force Munition gelagert. Wir gehen jetzt hier mit euch rein und gucken mal was wir so finden. Bis gleich. Bis gleich. Ja, da haben wir die erste Beute oder wie auch immer. Ich denke, dass hier Munition gelagert war. Schaut mal, hier schallt es ohne Ende. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Da steht einer neben dem Pandan. Von diesen Teilen. Was auch bitte? Gleich. Was ist laut in den Zeilen? Hier ist gleich der nächste. Von diesem Munitionsbunker. Nennt man die Munitionsbunker? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Schauen wir mal weiter. Da haben wir schon wieder die nächste zwei. Waren das Toilette oder? Was steht denn hier drauf? Person. Person. Irgendwas. Warkas. Ah. Da hat alles seinen Platz gehabt. Ja. Wo es ausging? Du kannst auch da drin oizieren, tapezieren und so. Ja, ist das wurscht. Hier ist leider nichts. Hier ist zu. Hier ist auch nichts drin. Die Schalter sehen aber neu aus. Die Schalter. Na ja. Schauen wir mal weiter. Ja. Das hat jetzt zwei Tore. Schatzi. Ziehen wir an der Kette. Ja. Passiert nichts. Denke ich. Ja. Langt. 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 Ich mache mal zu viel Krach hier. Schau mal weiter. Schau mal weiter. Ja. Hier sind auch wieder ein zweitüriger. Hier vorne gleich später der nächste. Ja, das ist schon seit einige Jahre verlassen hier. Wie gesagt, das war von der USR irgendwie. Munitionslage. Früher. Ja. Hier irgendwo in der Pfalz. Also wer die Gegend hier kennt, der weiß genau wo ich gerade bin. Aber genaueres gebe ich mir immer nicht. Preis. Muss halt leider so sein. Wieder einer. Ja, das sind zwei, drei Reihe wo nur solche Bunker oder wie man auch immer die nennt sind. Aber die sind halt alle leer. Und alle haben hier so eine Zeiche. Und zwar eigentlich schon Munition. Hier haben wir noch ein Gebäude gefunden. Das Eingangstor. Schauen wir mal kurz ob man hier reinkommt. Das ist zu. Aber da ist... Oh, ne. Es lohnt sich nicht da rein. Da ist alles zerstört. Wie immer. Und andere Idioten hierher kommen. luego machen wir nach oben. Ja. Ich hab's ja bestimmt durchaus sein müssen. Der hat hier gandeliert. Da haben sie wirklich alles zack geklappt, haben wir auf die Decke runter geholt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich mich hier bewege. Dass mich keiner in der Straße auszieht. Ich brauche mal Toiletten hier. Hier haben wir noch ein Gebäude. Irgendwelche Gerasen. Hier ist aber nichts drin. Hier hat man immer nur so eine Fliegerunde gemacht. Wir machen die Ecke. Genau. Laufen wir mal hier rum. Wer möchte, kann mir auch auf Instagram oder Facebook folgen. Da lade ich auch regelmäßig Bilder hoch. Jetzt stehen wir auf dem Dach. Dann gehen wir mal wieder außen rum runter. Dann haben sie auch wieder die Decke runter geholt. Soll ich Idioten. 7000. Damit konnte man irgendwas laden oder aufladen. Auf jeden Fall. Das konnte da nicht einiges an Gewicht halten. Ja. Na ja. Jetzt machen die wieder einen Krach heute. Schlimm, schlimm, schlimm. Was bringt euch das leid. Haben sie die Wände eingedreht? Das sieht irgendwie nach Heizung aus hier. Ja. Heizungsraum. Ich sag wieder nach Heizöl oder so ein Kram. High Voltage. Okay. Irgendein Generator. Stromkraft. So Leute. Das war es jetzt wieder mit dieser Location. Hier sind wir fertig. Und ja. Wir gucken uns jetzt noch was anderes an. Ich hoffe das Jahr hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 여러�sten Mal.